Terternier und die Zehfeiden von Heiko Griesbach Die Nachtphase brach über Eridanus D. herein. Terternier hatte die orange Sonne beim Untergehen beobachtet und bemerkte jetzt, dass er niemandem mehr begegnete und ganz allein durch die Gänge und Straßen der Kuppelstadt lief. Er sollte sich nicht mehr am Freien aufhalten. Jetzt begann die Zeit der Verbrechen, der Prostitution, des Organraubes und der Bandenkriege. Auf dem vierten Planeten der Sonne Epsilon Eridani und dunkle Geschäfte waren besonders in Eri Alpha an der Tages- oder eher Nachtordnung. Eine einzelne Person konnte hier so schnell für immer verschwinden, wie ein Komet, der in die Sonne flog. Terternier wusste um die Gefahren der Handelsstation, doch er sorgte sich nicht. Im Gegenteil, beinahe so etwas wie heimische Gefühle kamen in ihm auf, erinnerte ihn doch Eri Alpha an seine Geburts- und Heimatstadt Olympus I auf dem Mars. Auch diese lag unter einer Kuppel und zeigte in der Nacht ein schmutziges und böses Gesicht. Thea war nicht freiwillig hier. Wie ein Schatten im Schatten huschte er durch die Straßen der überdachten Stadt, die die Bewohner des Planeten Stickstoffoxid atmende Insektuide mit einem Außenskelett für Spezies gebaut hatten, deren Metabolismus Sauerstoff benötigte. Sie hatten sich auf interstellaren Handel spezialisiert und wollten den Aufenthalt für Händler und Besucher so angenehm wie möglich gestalten. Die Gegend, in der sich Thea jetzt aufhielt, lag verödet an einem Industriegebiet neben dem Vergnügungsviertel. Hier herrschte Dunkelheit. Nur schwach drangen die Geräusche der Casinos, Bars, Operations- und Sexclubs herüber. Thea blendete die Musik, das Lachen, Schreien und Greichen wie ein Hintergrundrauschen einfach aus. Die Kuppel über ihm ließ den Blick hindurch zu unzähligen Sternenschweifen, die einen schwachen Lichtschein spendeten. Von einem dieser Sterne, der ganz in der Nähe lag, stammte er ab und streifte noch nicht lange durch das All auf der Suche nach. Ja, was suche ich? fragte er sich in Gedanken. Glück, Reichtum, Geborgenheit, Liebe, ein Zuhause? Oder waren es Abenteuer, Aufregung, Abwechslung und Herausforderung? Er wusste es nicht genau, aber die Wahrheit lag sicher wie meist irgendwo in der Mitte. Als Thea am Ende einer langen und finsteren Lagerhalle um die Ecke biegen wollte, hörte er Stimmen und blieb abrupt stehen. Wie viele kannst du liefern? vernahm er die tiefe Stimme eines Taran. Sein Interlinguar war durch die knarrenden Laute kaum zu verstehen. Zuerst nur eine, aber sie sieht gut aus. Das klang nach einem Eri. Was? Nur eine? Wo bleibt der Profit? Polterte der Taran laut und unbeherrscht. Für eine Einzige ist der Preis aber unverschämt hoch. Das kann ich nicht zahlen. Die zweite Stimme flüsterte etwas. Dann lugte plötzlich ein Eri, ein Einheimischer mit einer Atemgasflasche auf dem Rücken, um die Ecke und trat hervor. Der Taran folgte ihm. Was bist du denn? Hast du uns etwa belauscht? Seine kalten Reptilaugen starrten Thea aus über zweieinhalb Metern Höhe an. Ich bin ein Mensch, er ein Solana, verbesserte sich Thea rasch. Nein, ich habe euch nicht belauscht. Ich gehe nur meinen Weg hier entlang. Was nun? Mensch, Solana? Nie gesehen, nie davon gehört. Du spazierst also hier entlang und bewunderst die Aussicht? Der riesige Schuppenmann, der sich jetzt beim Stehen auf seinen Schwanz stützte, gab knarrende Laute von sich, was anscheinend einem Lachen gleichkam. Blitzschnell zuckte die dreifingrige Klaue zur Waffe. Aber Thea war auf der Hut gewesen und zog schneller. Ein blassroter Strahl fächerte auf und traf das Reptilwesen am Oberkörper. Es explodierte teilweise. Grün leuchtender Dampf wallte auf. Grünes Blut und Fleischstücke spritzten nach allen Seiten. Die toten Reste des Taran klatschten zu Boden. Verärgert schaute Thea auf die Waffe in seiner Hand. Er hatte den Taran nur betäuben wollen. Doch beim schnellen Ziehen der Waffe war sein Finger auf dem Sensorfeld zu weit geglitten und hatte statt Phaser den Mesa aktiviert, der mit gebündelten Mikrowellen organisches Material zum Verdampfen brachte. Die Waffe glich keiner der früheren irdischen Pistolen und besaß nur einen klobigen Griff und einen Abstrahldorn. Ausgelöst wurde sie durch Pressen des Griffes, nachdem vorher die jeweilige Funktion Laser, Phaser oder Mesa über einen Sensorschalter aktiviert wurde. Thea besaß sie noch nicht lange. Er hatte sie einem wilden Nolana abgenommen, als dieser ihn um seine wenigen Galax erleichtern wollte. Er beschloss, mehr zu üben, um im Umgang mit dieser ungewöhnlichen, aber hocheffektiven Waffe vertrauter zu werden. Jetzt stellte er sie unauffällig auf Phaser um, richtete sie auf den zweiten Angreifer. Der Eri stand starr und pumpte hektisch Stickstoffoxid in seine Atmungsorgane. Der Seestreifen am Kopf, mit dem er neben normalem Licht auch magnetische Feldlinien sah, leuchtete in blauen Entsetzen, bevor er mit Violett Angst ausdrückte. Thea winkte mit dem Strahler und sagte, verschwinde! Der Eri verschwand blitzschnell und Thea setzte seinen Weg fort. Er brauchte jetzt einen Drink. Natürlich hatte er eben nicht zum ersten Mal getötet, doch im Grunde lehnte er das Töten ab. Mit seinen sieben Marsjahren, das entsprach dem Doppelten an Jahren auf der unbewohnbaren Erde, hatte er schon mehr erlebt, als für ein einzelnes Gemüt gut war. Die geringe Gravitation auf dem Mars sorgte dafür, dass er hoch hinauswuchs. Sein Wissensdurst sorgte dafür, dass er trotz nur gelegentlicher Schulbesuche ein umfangreiches Wissen erwarb. Und der grausame und harte Alltag in den Slums von Olympus I, wo jeder Tag einem Kampf ums Überleben gleichkam, sorgte dafür, dass er vorzeitig erwachsen wurde. Er wusste sich seiner Haut zu wehren und kannte keinen Skrupel, ein anderes Leben auszulöschen. Doch er tat dies nur in Notwehr, wenn er keine andere Wahl mehr hatte. Den Strahler in seinem Palomar-Froisch-Lederanzug verschwinden lassend, leuchtete er nun bewusst dem Johlen der weiblichen, männlichen und weitgeschlechtlichen Nutten, dem Gröhlen der Berauschten, den Schreien streitender und der alles untermalenden ekstatischen Musik. Er entschied sich für eine Richtung und ging los. Den Überresten des Taranen widmete er keinen Blick mehr. Das fragwürdige Etablishment war gut gefüllt und der bahnte sich einen Weg durch Rauch, zuckende Leiber, peitschende Musikklänge und ständig die Frequenz wechselnde Lichtlanzen, durch trinkende, sich unterhaltende oder kämpfende Gestalten. Wer eine Studie über die Vielzahl und die Vielfalt der verschiedenen Spezies der Galaxie beschreiben wollte, war hier Platinum richtig. Endlich war er an der Bar angekommen und bestellte sich einen Trink auf Ethanol-Basis. Ein schlimmes Ereignis, bei dem er beinahe Methanol getrunken und sich vergiftet hatte, reichte ihm völlig. Eigentlich reichte ihm schon der ganze Trubel hier, das Geschrei, die seltsame Musik, die mit Infraschall eigenartige Empfindungen in ihm auslöste. Die Prostituierten, die ihm ständig winkten und ihn zu begrabschen versuchten. Nein, er wollte hier raus. Für einen Moment überkam ihn ein heftiger Anfall von Heimweh und Ter wünschte sich mit ganzem Herzen, nach Hause zum Mars zu kommen. Er griff sein halbvolles Glas und bahnte sich einen Weg zum Ausgang. Überrascht zuckte er zusammen. Eine Sekunde lang glaubte er, eines der nackten Geschöpfe, die zur Unterhaltung der Gäste in Glasboxen tanzten, sei eine Frau, eine menschliche Frau. Doch dann drehte sie sich und er sah an ihrer Rückseite ebenfalls Brüste und ein angedeutetes Gesicht am Hinterkopf. Es war nur eine Rar von Proküren, die ihre natürlichen Feinde auf der Heimatwelt und praktischerweise auch Gegner im Kampf verwirrten, indem sie auf der Vorderseite genau wie auf der Rückseite aussahen. Ter erkannte den Irrtum und ging weiter. Einer Menschenfrau hier draußen zu begegnen, hätte ihn auch gewundert. Von seiner Art gab es nach dem Überfall auf die Erde nicht mehr viele Vertreter. Sein Pech war, dass er im Weitergehen gegen einen Xau stieß, der ihn sofort böse anfunkelte. »Was er dreist ist, du Griechwurm, dich mich zu berühren! Das kostet die schnackthäutige Mondschnecke 100 Galax oder dein Leben!« schrie der Xau wütend und wollte Ter mit seiner Greifklaue am Hals packen. Er glich einem aufrechtgehenden Salamander mit brauner Schuppenhaut. Ein solches Tier hatte Ter früher einmal im Museum für Erdgeschichte in Olympus I gesehen. Ter wich einen Schritt zurück, trank sein Glas aus und schmetterte es dem Xau mit voller Wucht gegen die Nasenöffnung in der Mitte des Kopfes. Das war die empfindlichste Stelle dieser Reptiloiden, die eine gepanzerte Haut besaßen. Der Xau ging gurkend zu Boden und Ter wandte sich seelenruhig ab und ging weiter zum Ausgang. Dabei flitzte sein Blick unter den halbgeschlossenen Lidern hin und her und analysierte jede Bewegung um ihn herum auf Gefahr. Vor dem zweistöckigen, verwahrlosten Gebäude holte er Tiefluft. Dieser Tag schien nicht sein Tag zu sein. Vielleicht sollte er sich eine sichere Bleibe für die Nacht suchen und schlafen gehen. Dazu musste er allerdings die Gegend wechseln. Automatisch stieß er eine Zentaurienute weg, die sich an ihn klammern wollte und schaute nach links und rechts, um sich für eine Richtung zu entscheiden. Da fiel sein Blick auf einen Luftgleiter, der in einiger Entfernung auf dem schmutzübersehten Boden stand. Den wollte er sich genauer ansehen. Wenn er Glück hatte, war der Gleiter nur einfach gesichert und er konnte ihn kurz schließen und von hier verschwinden. Unauffällig schlenderte Ter an das Gefährt heran und stellte fest, es handelte sich um eine Ausführung mit extra großem Laderaum. Die Scheiben des tropfenförmigen Gleiters waren abgedunkelt und erlaubten keinen Blick ins Innere. Ter trat noch näher, doch bevor er genaueres erkennen konnte, schwang die Tür auf und er schaute in das grinsende Gesicht des Eri sowie in den Lauf eines Energiestrahlers. Zumindest nahm er an, ein Grinsen auf dem Lippenlosen und teilweise mit einer Atemmaske bedeckten Gesicht zu erkennen. Was willst du? fauchte Ter. Ich habe dich vorhin verschont und laufen lassen. Verdammt! Der Eri hatte ihn überrumpelt. Er hatte gedacht, der Gleiter sei leer. Du hast uns belauscht und meinen Geschäftspartner getötet. Jetzt sitze ich auf der Ware, finde keinen neuen Abnehmer und bekomme keine Credits dafür. Dafür wirst du zahlen. Gib mir deine Galax, bevor ich dich zerstrahle. In Ordnung, du hast gewonnen. Langsam griff Ter in eine Tasche und zog ein Wurfmesser heraus. Hier! Er warf es auf den Eri und ließ sich gleichzeitig fallen. Gleißende Energie fauchte heiß über ihn hinweg. Er konnte die Hitze im Gesicht spüren. Sein Gegenüber flieh wortlos und staunend um. Aus dem dicken Hals ragte der Messergriff. Idiot! mummelte Ter, zog seine Waffe aus dem toten Fleisch und säuberte sie an der billigen Kleidung des Eri. Jeder kannte doch das Gesetz der Straße, erst zu schießen und dann zu fragen. Er öffnete die Tür des Fluggerätes mit der großen Heckklappe, die wieder zugefallen war. Jetzt, nach dem Tod des Eri, war die Verschlüsselung der Schließautomatik über die Hirnstromfrequenz erloschen. Wenigstens besaß er nun ein Transportmittel, freute sich Ter und blickte überrascht auf den Käfig im Inneren des Fahrzeugs und auf die Person im Käfig. Du, du bist eine Zepheidin! überwand er schnell seine Verblüffung. Die kopfeigene Datenbank, sein präziser Verstand, hatte ihm schnell die Daten zu schwarzen Augen, Haar und schuppenloser Haut, die hellorange schimmerte und ansonsten humanoidem Aussehen geliefert. Dickes Sekret trat aus der glatten Haut aus, die keine Kleidung bedeckte und verhärtete sich zu einer dunklen Kruste. Das kleine Wesen war noch ein Kind, ein Zepheidin-Mädchen. Sie starrte ihn ängstlich an und sagte etwas. Es klang nicht wie Interlingua. Thea musterte das Sekret, es signalisierte Angst, wenn es nicht auf der Heimatwelt seiner zweiten Bedeutung nachkam. Moment, sagte er, drehte sich von der offenen Tür weg und durchsuchte die Taschen des Eri. Er fand einen Universal-Translator, den er sich um den Hals hängen konnte und zehn Galax, erbärmlich. Den Strahler nahm er auch an sich, man konnte eine Waffe immer gebrauchen. Er wandte sich erneut dem Fahrzeuginnern zu. Das ist also die Ware des Schurken, die er an den Taran verkaufen wollte. Verdammter Kinderschmuggler, dachte er. Das Mädchen sprach wieder und aus dem Übersetzer schnarrte es. Töte mich nicht, bitte! Schon gut, Kleine, das habe ich nicht vor. Er musterte die kleine Gestalt vor ihm, die wie ein Häufchen Elend im Käfig hockte und ihn aus großen, dunklen Augen anblickte. Wie heißt du? Good Feeling! Für Thea hörte sich das an wie Good Feeling, Wohlfühlen. Er fragte sich, ob das ein Fingerzeig des Schicksals war. Hi, ich bin Thea. Er warf einen Blick auf die durchscheinend gelblich schimmernden Stäbe des Käfigs aus Goldkarbid. Keine Chance, sie aufzubekommen. Das Schloss war ebenfalls mit den Gehirnstrommustern des Toten gesichert. Es jemals wieder öffnen zu können, war somit unmöglich. Woher stammst du? fragte Thea, während er überlegte. Er wusste, dass die zäfeiten Planeten mehrerer Systeme mit veränderlichen Sternen besiedelten. Das Sekret, das als dicke Kruste ihre Haut bedeckte, schützte sie in den Phasen erhöhter Strahlungsaktivität der Sonne vor Verbrennungen und Strahlenschäden. Der Übersetzer schnarrte. Von Megbuda, Sternbild Zwillinge. Ich wurde entführt. Die Tatsache, dass der Translator, nachdem er Thea als Mensch identifizierte, irdische Begriffe verwendete, zeigte Thea, es nicht mit einem simplen Gerät zu tun zu haben. Es war eher eine hochentwickelte künstliche Intelligenz, viel zu teuer für einen Schurken wie den Eri. Anscheinend hatte er das Gerät einem hochrangigen Offizier irgendeiner Sternenflotte geraubt. Das ist ziemlich weit entfernt, glaubte sich Thea zu erinnern. Dann bist du schon länger von deiner Heimatwelt fort. Das tut mir leid. Das Mädchen antwortete, Ja, ich bin seit 30, ein unverständliches Wort folgte, Gefangen und durfte nie das hier verlassen. Sie zeigte auf den Käfig. Das unverständliche Wort musste sich auf einen dem Übersetzer unbekannten Zeitabschnitt beziehen. Mit Sicherheit war es ein langer Abschnitt und die Kleine tat her wirklich leid. Ich denke, mit dem Strahler kann ich dich befreien, also erschrecke nicht, wenn ich gleich die Waffe in die Hand nehme. In Ordnung? Das Mädchen hob zustimmend die Hand, was einem Nicken gleichkam. Thea stellte den Strahler auf höchste Bündelung und schnitt zwei Gitterstäbe durch. Die Zefeidin kletterte aus dem Gefängnis und sprang nach draußen auf den Boden, wo sie sich streckte und dehnte. Brocken des verhärteten Sekrets platzten von ihrer Haut ab und fielen herab. Neues Sekret kam nicht nach. Sie trat zu Thea und umarmte ihn fest um den Bauch. Sie ging ihm gerade einmal bis zum Bauchnabel. Danke, hauchte sie. Bringst du mich nach Hause? Ich will zu meiner Familie. Ich vermisse sie so sehr. Das ist ein langer Flug und ich besitze keinen Rauma und nicht genug Galax, einen Flug zu buchen. Oh, bitte, bitte, ich will nach Hause. Hilf mir, ja? Meine Eltern werden dir ganz viele Galax zahlen, wenn du mich zurückbringst. Hm. Aus dem Vergnügungslokal kamen jetzt vier Xau heraus. Ihre Schwänze peitschten heftig den Boden. Schwankend und berauscht von Drogen oder Alkohol kamen sie näher. Thea erkannte den Xau wieder, dem er das Glas ins Gesicht geworfen hatte. Lass uns erst einmal von hier verschwinden. Rein mit dir. Er schob die Kleine in den Gleiter und folgte ihr. Der Xau zog einen Strahler und zugleich brachte Thea die Maschine zum Abheben. Der Lichtfinger des Strahlers huschte an ihnen vorbei, zitterte weit in der Höhe über die Innenseite der Kuppel und das stob daran wie ein Feuerwerk. So wenig, wie er der Kuppel etwas anhaben konnte, so wenig waren auch Thea und die Zefeidin in Gefahr. Nur auf höchster Leistung, eng gebündelt und mehrere Minuten lang die gleiche Stelle treffend, konnte ein Strahler dem Sicherheitsmaterial des Gleiters etwas anhaben. Die Kuppel hielt noch mehr aus. Der Xau war viel zu berauscht und seine Greifklaue zu zittrig, um den Gleiter längere Zeit an derselben Stelle zu treffen. Thea zog einen Bogen, gewann rasch an Höhe und flog davon. Er hielt sich nach Wüst in Richtung des Raumhafens. Holoschilder wiesen den Weg und überwachten die Einhaltung der maximalen Flughöhe, um die alles überspannende Kuppel nicht zu gefährden. Thea dachte krampfhaft nach. Dass er den Gleiter gegen Galax bzw. gegen den Platz an Bord eines Raumers oder Frachters eintauschte, war frei von allem Zweifel. Die Frage war jedoch, flog er allein weiter oder versuchte er, zwei Plätze auf einem Schiff nach Mekbuda zu bekommen, um die Kleine nach Hause zu schaffen. Bei der Abgelegenheit der veränderlichen Sonne ihres Heimatsterns würde das nicht einfach werden. Die Xau starrten dem Gleiter wutknarrend hinterher. Den greifen wir uns, rief der Xau, der noch immer von Theas Glas der Kopf schmerzte und lief zu einer schmalen Gasse hinter dem Lokal. Dort hatten sie ihren Gleiter geparkt, mit dem sie nun die Verfolgung aufnahmen. Thea bemerkte auf dem Heckbildschirm die Annäherung eines Fluggerätes und ahnte, wie er ihnen da folgte. Du hilfst mir, ja? freute sich Gutfilin und lächelte ihn an. Abgesehen von ihrer Haarlosigkeit und der Farbe der Haut wirkte sie nahezu wie ein Mensch. Dann wurde ihr Blick besorgt und ängstlich, als er zum Bildschirm wanderte. Die Xau sind böse, sie dürfen uns nicht bekommen. Da hast du recht. Thea grinste etwas unglücklich zurück. Wir müssen versuchen, unsere Verfolger abzuschütteln. Thea packte den Steuergriff fester und schlug einen Haken. Jetzt näherten sie sich den bewohnten Slums von Eri Alpha. Hier hausten gescheiterte Existenzen aus der gesamten Galaxis. Sie hatten ihr Hab und Gut verloren, waren wegen krimineller Mord. Sie haben ihre Machenschaften untergetaucht oder hatten einfach nur ihr ganzes Geld in den Casinos gelassen. Selbstgebaute Hütten aus den unterschiedlichsten Materialien und in allen möglichen Formen waren hier aus dem Boden gewuchert. Straßen und Gassen verliefen kreuz und quer und waren auf keiner Karte eingezeichnet. Ursprünglich wollte die Regierung von Eridanus D. hier eine Wohnsiedlung für Leute anlegen, die hier auf Dauer oder Saisonweise ein neues Zuhause fanden, hatte aber schon längst jegliche Kontrolle über das Viertel verloren. Im Tiefflug brauste Thea eine schmale Straße entlang und riss ein Seil mit Kleidung ab, das über die Straße gespannt war und als Wäscheleine diente. Die Kleidung hatten die Bewohner nach dem Waschen zum Trockenen aufgehängt. Von den Leuten selbst war keine Seele zu sehen und nur wenige Lichter schufen hier und da einen schwachen Schein. Die Verfolger eröffneten das Feuer und Strahlschüsse leckten am Gleiter vorbei. Ein Schuss traf eine Wellblechhütte und schmolz das Dach zur Hälfte weg. Die sind ja verrückt, rief Thea. Gutfilin bildete mit ihrer Haut wieder Sekret, sie zeigte Angst. Thea flog Schlangenlinien und ließ den Gleiter auf- und abhüpfen, um den Gegnern das Zielen zu erschweren. Voraus tat sich etwas. Zwei Wurlonen traten aus einer Art aufgeschütteter Erdhöhle heraus und eröffneten das Feuer auf die Xau. Sie ahnten offenbar, dass ihnen vom ersten Gleiter keine Gefahr drohte. Ein Treffer verdicht neben dem vierten Fuß eines Wurlonen ließ sie blitzschnell wieder in ihrem Bau verschwinden. Die hochintelligenten Käfer mit vier Beinen und zwei Armpaaren begriffen, dass sie keine Chance hatten und zogen es vor, sich aus der Angelegenheit herauszuhalten. Von den Energieausbrüchen alarmiert, näherte sich jetzt ein auf allen elektromagnetischen Frequenzen blinkender Polizeigleiter und nahm seinerseits die Verfolgung auf. Thea machte eine Vollbremsung, bog im rechten Winkel in eine Straße ein und zog den Flieger gleich darauf nach links, hüpfte über ein Steinhaus und riss eine Antenne vom Dach ab. Er musste dicht am Boden fliegen, um dem Radar der Verfolger und der Stadtüberwachung zu entgehen. Besorgt registrierte er den neuen Verfolger. Jetzt wird es eng, Sie dürfen uns nicht erwischen und kontrollieren, rief er und warf Good Feeling einen Blick zu. Die Kleine starrte durch die Frontscheibe und klammerte sich an ihrem Sitz fest, die Lippen fest zusammengepresst und unregelmäßig atmend. Alles okay? fragte Thea. Sie hob die Hand. Die Strahlschüsse der Xau gingen nun nach hinten, sie schossen tatsächlich auf die Staatsmacht. Das konnte nicht gut gehen. Thea nahm noch einen blauen Blitz wahr, der den Gleiter der Xau einhüllte. Dann kam er selber ins Trudeln und musste sich voll auf die Steuerung konzentrieren. Doch er wusste, was geschehen war. Der Polizeigleiter hatte einen EMP, einen elektromagnetischen Puls, ausgelöst und die Bordelektronik des Xau-Gleiters lahmgelegt. Der EMP wirkte sich sehr schwach bis auf ihren Gleiter aus und bewirkte das Trudeln. Doch Thea begab ihn wieder unter Kontrolle und flog weiter. Ihre Verfolger waren sie los. Die Xau hatten Notlanden müssen, vielleicht waren sie auch abgestürzt und die Polizei kümmerte sich um sie. Am Raumhafen parkte Thea den Gleiter auf eine Haltefläche. Der Platz mit hunderten Raumschiffen wirkte im künstlichen Licht riesig. Schiffe aller Größen und Formen tummelten sich hier, kamen im Landebereich an, wurden mit Agraf-Schleppern auf Halteflächen gebracht oder von diesen zum Startbereich versetzt, um durch die einzige Kuppelöffnung den Planeten zu verlassen. Frachtgleiter wirbelten durch die Luft, Personengleiter brachten Passagiere und Besatzung, es herrschte Tag und Nacht ein unbeschreiblicher Trubel, der allerdings erstaunlich wenig Lärm verursachte. Thea nahm Gutvillin an die Hand und klapperte mit ihr ein Schiff nach dem anderen ab, mit der Frage nach Megbudda als Reiseziel oder Zwischenstation. Erst beim 15. Versuch hatten sie Glück. Ein Nahrungsmittelfrachter belieferte Gutvillins Heimatplaneten mit exotischem Obst. Der Besatzungsangehörige, den sie angesprochen hatten, ein Char, musterte Thea und Gutvillin und fragte, wie sie bezahlen wollten. Die Char lebten im System einer fernen gelben Sonne und waren die menschenähnlichste Spezies, die Thea kannte. Gerüchten zufolge sollten die Char in grauen Uhrzeiten die Erde mit ihren DNS infiziert und die Entwicklung erster Primaten in Richtung vernunftbegabter Menschen forciert haben. Ich gebe dem Gleiter dort hinten in Zahlung. Er besitzt einen großen Laderaum und ist in Top Zustand. Die versiegelte Oberfläche weist kaum einen Kratzer auf. Die Laufleistung ist gering, der Energieverbrauch moderat und die Steuerung gehorcht der kleinsten Fingerbewegung präzise und exakt. Das Ladevolumen ist ungewöhnlich groß und durch die großzügige Ladeluke extrem leicht zu befüllen. Der Ksar sah Ter an. Waren sie einmal Gleiter Verkäufer? Nein. Also gut, sagte der blonde, gut aussehende und muskulöse Ksar und blickte auf Gudvilin herab. Es geht um sie hier. Wenn sie nett zu mir ist, wird es billiger werden und du bekommst noch ein paar Galaks für den Gleiter heraus. Sein schmieriges Grinsen ließ keinen Zweifel daran, was er mit nett sein meinte. Ter schaute Gudvilin an, die jetzt fest seiner Hand und klammerte und ihn bittend ansah. Also gut, ich komme mit. Zum Schar gewandt, sagte er, für zwei Personen und sie wird nicht nett zu ihnen sein, klar? Drohend starrte er seinen Gegenüber an und legte wie zufällig die Hand auf den Waffen griff. Nun, äh, stotterte der Char. Ich denke, der Gegenwert des Gleiters reicht völlig aus, uns beide nach Megbuda zu bringen und uns unterwegs mit erlesenen Früchten zu verköstigen. Was denken Sie? Sicher, sicher, in drei E-Stunden legen wir ab. Ich wünsche eine gute Reise. Er nahm den Startschlüssel für den Gleiter von Thea entgegen und verzog sich. Thea hatte sich entschieden, Gut Fili nach Hause zu begleiten. Er hoffte nicht sehr lange auf ihrem Planeten festsitzen zu müssen, bevor er ein anderes Schiff fand, das ihn wieder mitnahm. Und er hoffte, tatsächlich von Gut Filiens Eltern Geld für den Weiterflug zu bekommen, sonst sah es schlecht für ihn aus. Gespannt fragte sich Thea, welche Abenteuer ihn jetzt wieder erwarteten.